HSH Nordbank Run 2015. Über 23.000 Läuferinnen und Läufer. Fast 850 Teams. Und ich bin auch dabei, zusammen mit dem Team der Hamburg Porto Story Team. Heute geht es nur um Gemeinschaft und dass wir einfach zusammenlaufen und zusammen ankommen. Wie viele sind am Start? 100 Leute ungefähr. Es macht Spaß mitzulaufen. Und man muss einfach auf vorne die Flagge gepinnt, gibt die Geschwindigkeit vor und so läuft man den fröhlichen Weg. Richtig viel Spaß bei dem tollen Wetter. Herrlich, oder? Super! Super! Spiel auf den Stein? Das war der HSA Nordbank Run 2015, eh eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal in Hamburg, sagt man. Tschüss.